Wird Ihnen präsentiert von DIJOYO MEINPOOL Ihr habt schon sehr viele Freunde erklärt, dass Sie hier bei Geo Markt Bob der Baumeister sind. Das finde ich super. Das heißt, der Bär ist wahrscheinlich auch von Ihnen, oder? Ja, es dauert drei Stunden und ich baue das wie so. Super. Und alles ist magnetisch. Tollen Job haben Sie, wenn Sie sowas in Ihrer Arbeitszeit machen dürfen. Ja, ich bin ein Playboy. Sehr schön. Diese Würfel, die sind magnetisch, weil da innen drin was ist, oder? Genau. Es gibt an jeder Seite ein Magnet. Okay. Aber das ist gar nicht der eigentliche Witz da dran, sondern der Witz ist, dass es aus Plastik ist, aber dass Sie trotzdem mit dem Slogan Playing Together for a Healthy Planet werden machen. Also es dreht sich um Recycling. Genau. Seit zwei Jahren haben wir probiert, Lieferanten für Recyclingplastik zu finden, weil das wichtig ist, die Qualität zu haben und die Konsistenz, dass das immer dasselbe, weil man mit Recycling, man weiß nicht immer, wovon, von hier oder wieso. Und wir brauchen die Sicherheitszertifikat für das Spielzeug von der Lieferanten. Das heißt, die Qualitätsanforderung ist doch bei Kunststoff auch eine besonders hohe, wenn es um Spielzeug geht, oder? Ja, das ist... Dass da keine Giftstoffe und sowas drin sind. Genau, 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 genau. Beim Schluck, okay, hier gibt es keine Schluckgefahr, aber mit Kleinteilen und sowas für Spielzeug generell, es gibt die sehr schwierige Regeln auch für Magnetspielzeug. Ja, ja. Also, es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben jetzt, ich glaube, das ist Konsum-Recyclingplastik ein Teil von Deutschland. Mhm, okay. Und also, es gibt ein bisschen deutsches Recyclingplastik hier in die neuen Würfel. Okay. Und ist der komplett aus Recyclingplastik? Die Plastik hier, genau, ja. 100 Prozent? Ja, also wir haben die Magnete, die sind nicht Recycling, aber die Plastik ist... Wow, okay. Das heißt, ich vermeide tatsächlich Müll dadurch, wenn ich diese Produkte kaufe. Genau, genau. Das ist sehr schön. Tolles Produkt. Vielen Dank, Herr Yevgen. Dankeschön. Mein Pool Vielen Dank.